Danke an die Kollegen der Nachrichten, herzlich willkommen zur Brasantsendung am Montag. Übrigens ist es nicht einfach so irgendein Montag, da werden wir noch reden drüber, machen wir später hier bei uns in der Sendung. Aber jetzt erst mal der Tag. Was ist da gerade los in Chemnitz, das möchte man sich wirklich fragen. Dort hat es Aufmärsche und Ausschreitungen gegen Ausländer gegeben. Teilweise wurden Menschen, so ist das später beschrieben worden, durch die Stadt gejagt. Und Auslöser sollen die Ereignisse vom Wochenende gewesen sein. Dort sind am Rande eines Stadtfests Männer in Streit geraten und dabei ist dann ein Mann ums Leben gekommen. Und weil die Täter mutmaßlich ein Syrer und ein Iraker sein sollen, gab es nun diese heftigen Reaktionen. Inzwischen hat sich die Bundesregierung auch eingeschaltet und verurteilt das, was da gerade in Chemnitz läuft, aufs Schärfste. Sie haben den Appell da gerade gehört vom Sprecher der Bundesregierung. Das akzeptieren wir nicht in deutschen Städten. Susann Reichenbach ist uns zugeschaltet. Susann, weitere Demonstrationen haben wir da gerade zum Ende des Films auch noch mal gehört, sind angekündigt. Schon möglicherweise für heute Abend. Wie ist denn die Lage im Moment in Chemnitz und worauf bereitet man sich da jetzt vor? Susann Reichenbach, erst einmal vielen Dank. Man wird auf die nächsten Stunden schauen müssen. Danke Ihnen erst einmal für diese Hinweise heute aus Chemnitz. Dankeschön. Wir reden über die Waldbrände im Brandenburg. Der Konte war im Einsatz. Das ist so ein wenig zusammengefasst das, was los war am Wochenende im Südwesten dort von Brandenburg, wo es diese schweren Waldbrände eben gab. Und wie wir heute erfahren durften, das ist die gute Nachricht. Die ersten Anwohner durften zurück in diese evakuierten Orte, durften also wieder nach Hause. Trotzdem ist noch ungewiss, wie es denn jetzt weitergeht. So richtig Entwarnung geben will die Feuerwehr nämlich immer noch nicht. Und eigentlich unvorstellbar, muss man random mal erzählen am Wochenende, es gab tatsächlich Idioten, man kann kein anderes Wort dafür finden, die versucht haben, die Feuerwehr absichtlich beim Löschen auch noch zu behindern. Jetzt geht es hier nochmal um den Einsturz der Brücke in Genua. Wir haben diese Bilder sicherlich alle noch im Kopf. Gianluca Ardini wird sie sicherlich niemals vergessen, denn er ist einer der Überlebenden dieses Einsturzes. Und trotzdem hat seine Rettung dann noch sehr lange gedauert. Und er hing nämlich sieben Stunden lang in seinem Autofest und zwar zwischen Himmel, eingestürzten Brückenteilen und dann dem Boden unter ihm. Im Krankenhaus hat der 29-Jährige jetzt von diesen bangen Stunden und seiner Rettung erzählt und wie man das aushält. So eine Situation, so lange. Und wir schauen jetzt auf heute Abend. Da meldet sich nämlich Judith Rakers, die Sie ja sonst aus der Tagesschau kennen und diesmal aber mal von einer ganz anderen Front. Und zwar startet heute Abend die Sendung Kriminalreport hier im Ersten. Und in dieser Sendung wird es sehr spannend. Es geht nämlich darum, alte und aktuelle Kriminalfälle aufzuklären und dann nach möglichen Tätern zu fahnden. Unter anderem heute Abend geht es in der Sendung um Bankautomatenraub und das im großen Stil. Wir schauen schon mal rein. Das ist die große Frage. Darüber wird sicherlich heute Abend auch noch geredet. Und zwar im Kriminalreport. 20.15 Uhr geht die neue Sendung los. Dann immer mit Judith Rakers im Studio. Unter anderem geht es dann auch heute Abend nochmal um das Thema Automatensprengung. Heute ist übrigens nicht irgendwie einfach nur irgendein Montag. Es gibt ja heute inzwischen so viele verrückte Tage, alles möglich. Es gibt zum Beispiel den Tag der Gesundheit. Es gibt den Tag des Fahrrads. Es gibt sogar den Tag des Toastbrots, sogar den der Jogginghose. Genau, könnte man ewig weitermachen. Aber der heute, der Tag, der wäre eigentlich noch frei. Heute ist nämlich, jetzt kommt es, der Einfach-So-Tag. Ja, klingt doch super, ne? Ist eigentlich heute so oder so alles drin. Aber irgendwie fragt man sich ja schon, was bitte schön soll das und warum gibt es so einen Tag? Wahrscheinlich einfach nur so. Nächste Frage deshalb, wo bekomme ich eigentlich so einen Tag? Ich würde ja zum Beispiel mal den Montags-bin-ich-immer-noch-so-n-bisschen-müde-Tag vorschlagen. Und Sie so? Zum Glück brauchen wir für Brisant keinen Extra-Tag. Uns gibt es fast an jedem Tag. Und online sowieso. Dann machen wir es doch mal so. Wir genießen diesen Montag einfach so. Und gucken jetzt auf weitere Nachrichten hier bei Brisant. Wir haben ja gerade gehört, Brisant kommt jeden Tag. In Berlin, da gucken wir nämlich jetzt hin. Da hat die Polizei angekündigt, härter gegen kriminelle Clans und deren Machenschaften vorzugehen. Da hat es ja immer wieder Vorfälle gegeben. Wie ernst das nun gemeint ist, das hat die Polizei jetzt gezeigt. Dazu mehr. Ja, da darf die Partie nicht zu lange dauern. Es geht um den Papst jetzt und eine Äußerung von ihm, über die gerade viel gesprochen wird. Der Papst hat ja Anhänger auf der ganzen Welt und darunter sind auch sehr viele Kinder. Und ob da wohl so manches erstaunt sein wird über die aktuelle Äußerung zum eben Thema Kinder und Homosexualität. Da hat der Papst nämlich Eltern einen Ratschlag gegeben und der sorgt doch jetzt gerade für viele Diskussionen und Gesprächsstoff. Gerade dieser Papst gilt ja als besonders weltoffen, so wird er immer beschrieben, ist die Frage, ob er in diesem Punkt, wenn es um Homosexualität geht, doch noch Ansichten von vorgestern vertritt. Aber es wird sicherlich noch viel darüber geredet werden. Reden wollen wir jetzt auch über die Prominenz heute an diesem Einfach-so-Montag. Wen haben wir heute? Jürgen Drews, wir machen uns tatsächlich große Sorgen um ihn und seine Gesundheit. Warum, werden wir gleich erklären hier. Dann haben wir Tatortstar Axel Prahl, von dem gibt es was Neues, hat mit seiner super Stimme zu tun. Und dann haben wir noch Harry und Meghan, die haben auch was Neues. Wuff, jetzt mehr, brisant prominent. Ja, Mensch, Jürgen Drews, unser unverwüstlicher Partykracher. Wir waren uns ja hier eigentlich alle sicher, diesen Mann, den haut nix um. Und wenn, dann steht er sofort singend, ich bin der König von Mallorca, wieder auf. Ja, aber nun geht es ihm wirklich schlecht. Ernsthaft und das schon zum zweiten Mal und es klingt wirklich nicht so gut, was wir da hören heute. Not-OP. Herrje, Jürgen Drews. Wir schicken gute Besserungsgröße unbedingt an dieser Stelle. Unser nächster Superstar heute, der klingt so ein bisschen wie diese Heimorgeln, die man sich zu Hause hinstellen kann. Aber die heißen nur zufällig beide so. Er ist so eine Art Hitmaschine und hat bewiesen, die Texte, die müssen nicht immer stimmen, um super erfolgreich zu sein. Ansonsten sagt er, meine Hits, die sind alle wie meine Babys. Also demnach hätte er eine ganze Großfamilie zu Hause. Es geht nämlich um Albert Hammond. Ja, jeder über 30 sagt jetzt sofort, na klar, für die anderen haben wir gleich was zum Mitsingen. Albert Hammond ist nämlich gerade auf Tour und das nicht irgendwie, sondern gleich mit ganz großem Orchester. Und wir feiern gleich mal hübsch weiter. Prinz Harry und Meghan. Bei den beiden gibt es nämlich auch was Neues. Gerade erst verheiratet gibt es da wieder was zu feiern, verraten wir. Und Zuwachs in der Familie gibt es übrigens auch. Ja, Mai sind die schnell. Glückwunsch. Und jetzt geht es um ihn, Axel Prahl. Wenn es nach ihm ginge, dann hätte der Tag 73 Stunden. Das verstehe ich sehr gut. Der Mann hat wahnsinnig viel zu tun. Im Nebenjob ist er einer von Deutschlands beliebtesten Schauspielern. Tatort, klar. Und in seinem wahren Beruf, so sieht er das nämlich, war er immer Musiker und das mit ganzem Herzen. Gut, dass bei ihm die Tage Überlänge haben, denn jetzt gibt es noch was Neues. Er wird nämlich Star in deutschen Kinderzimmern. Ja, Freundschaft zählt. Das ist doch mal ein schönes Abschlussmotto für so eine Montagssendung. Wir wünschen einen schönen Abend. Morgen mehr. Tschüss, tschüss.